Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Episode der Basics-Reihe. Heute geht es um die Trainingsplanung. Das Ganze ist nicht umsonst so genannt worden, denn wir machen hier nicht unbedingt einen Trainingsplan. Das kommt in der nächsten Episode, in Episode 3. Da widmen wir uns einem ganz spezifischen Trainingsplan, den ihr bekommt und nachdem ihr trainiert. Aber vorher müsst ihr schon ein bisschen was anderes wissen. Jetzt geht es um den groben Entwurf eurer Trainingslaufbahn in den nächsten Monaten. Das heißt, wir entwerfen jetzt eine grobe Planung, wie ihr einsteigt ins Training, übergeht zu einem ganz anderen Training und zwar zu dem Training, wie es dann auch Jahr für Jahr fortlaufen wird. Wie die Übungen gesteigert werden und wie ihr ins Bodybuilding vom Anfänger reinkommt. Denn das erfordert mehrere Schritte. Wir können nicht einfach anfangen, wie ein fortgeschrittener Bodybuilder zu trainieren. Da gilt es weniger um die Übungen, sondern vielmehr darum, dass ihr den Körper heranführt an den Sport und an das Widerstandstraining. Egal, ob ihr blutige Anfänger seid oder ob ihr von einer längeren Pause, längere Pause heißt mehr als 4, 5, 6 Monate, vielleicht sogar Jahre, dann gilt es für euch erstmal wieder reinzukommen. Den Körper, die Muskulatur, die Gelenke, die Sehnen, ganz wichtig und auch das zentrale Nervensystem an die Art der Belastung heranzuführen. Denn diese habt ihr nicht im Alltag und ihr würdet ihn schnell überfordern, wenn ihr direkt hardcore einsteigt. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt eine Zeit, aber auch nicht zu viel Zeit von ungefähr 2 Monaten. Denn wir machen das Ganze ja ernst. Ihr widmet dem Ganzen 2-3 Mal die Woche. Würdet ihr das nur einmal die Woche machen, dann brauchen wir natürlich viel länger. Und es kann sogar sein, dass wir uns nie ganz daran gewöhnen, weil nach 7 Tagen, wenn wir ein Ganzkörpertraining machen, weil der Körper sich dann natürlich immer wieder von Neuem anpassen muss. In den ersten 2 Monaten, das heißt 8 Wochen und das heißt wiederum 16 Trainingseinheiten für jeden Muskel, passen wir uns also nach einem bestimmten Trainingsplan an. Diesen Plan bekommt ihr mit dem nächsten Video. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir vor Augen haben, dass wir das 2 Monate machen. Bei manch einem von euch wird es vielleicht auch 3 Monate sein. Da müssen wir so ein bisschen nach Gefühl gehen, wie ihr euch eingefunden habt, ob ihr dazwischen mal eine Woche aussetzen musstet und so weiter. Dann haben wir quasi diese 2 Monate hinter uns. Der Körper ist angepasst, die Muskeln sind angepasst, die Gelenke wissen, was auf sie zukommt. Und dann können wir übergehen in ein, ich möchte es jetzt nicht richtiges Training nennen, aber schon in dem Training, das ihr die nächsten Jahre machen werdet. Das bedeutet, ihr geht von einem 2er-Split nach diesen 8 bis 12 Wochen über zu einem 3er-Split. Und dann betreten wir schon die Welt des Bodybuildings. Das heißt, wir separieren die Muskelgruppen mehr und können dadurch auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit den einzelnen Muskeln widmen. Diese Aufmerksamkeit brauchen wir am Anfang vor allem nicht, um den Muskel verschieden zu formen, den Bizeps ein bisschen mehr rechts, links und so weiter. Darum geht es da gar nicht, sondern es geht darum, dass wir ihn etwas mehr belasten können und mit unterschiedlichen Belastungen immer weiter reizen. Und auch da steigern wir uns natürlich rein. Wir werden nicht an Tag 1 dieses Trainings des 3er-Splits genauso trainieren wie nach 5 Jahren. Und das ist eine Steigerung dann des Trainingsplans, ein Wechsel der Übungen, ein Anpassen der Sätze, der Wiederholungszahlen und so weiter. Das Ganze nennt man auch einen Makrozyklus, den wir dann betreten. Das bedeutet, dass wir mehrere Zyklen haben, nach denen wir trainieren. Beispielsweise erst mehr im Kraftbereich, um Kraft aufzubauen. Bedeutet in diesem Fall, kleine Info am Rande, dass der Körper, beziehungsweise auch eure Neuronales und euer Nervensystem sich daran gewöhnt, mehrere Muskelfasern und so viele Muskelfasern wie möglich gleichzeitig zu aktivieren. Da geht es gar nicht darum, dass ihr mehr Masse aufbaut mit der Kraft. Ihr lernt es einfach mehr, die Muskulatur zu nutzen, die euch sowieso schon zur Verfügung steht. Das wäre der Kraftbereich. Danach kann man übergehen in einen Hypertrophiebereich. Das ist allgemein der Bereich, der den Muskel wachsen lässt. Das heißt, eine Hypertrophie im Muskel hervorrufen. Das ist gar nicht so eng zu sehen. Es sind fließende Übergänge zwischen diesen Bereichen. Aber dann sind wir in einem anderen Wiederholungsbereich, trainieren vielleicht mit einem anderen Volumen. Und dann gibt es noch den Ausdauerbereich. Und wenn man diese Bereiche dann durchwechselt mit verschiedenen Trainingsplänen und verschiedenen Fokus darauf, dann ist das ein Makrozyklus. Wir wollen jetzt gar nicht zu weit in die Theorie gehen. Ihr wisst, ihr habt zwei Monate Eingewöhnungsphase. Dann geht ihr über und wir machen einen Dreier-Split. All das könnt ihr hier auf dem Kanal verfolgen. Deswegen rechtzeitig den Abo-Button drücken, damit ihr kein Video verpasst von der Basics-Reihe. Und dann werden wir uns immer weiter anpassen. Wir steigern uns in den Übungen, wir steigern uns in den Sätzen, wir bringen mehr Volumen rein. Das heißt, unser Training wird umfangreicher, vor allem umfangreicher für die einzelnen Muskeln. Das bedeutet nicht, wir müssen immer mehr Zeit im Fitnessstudio verbringen. Wenn ihr jetzt quasi 90 Minuten drin seid, dann werdet ihr auch in 5 Jahren 90 Minuten drin sein. Und auch ich befinde mich noch 90 Minuten im Studio. Aber während ihr am Anfang in den 90 Minuten vielleicht drei Muskelgruppen trainiert habt, mache ich das mit eineinhalb bis zwei Muskelgruppen. Ihr seht also, das Volumen für die einzelnen Muskelgruppen erhöht sich. Und das ist unsere grobe Trainingsplanung und die Aussicht auf das, was uns bevorsteht. Bleibt also bei der Serie dabei und ihr bekommt beim nächsten Mal schon den Trainingsplan. Und dann bekommt ihr zehn Fakten, die ihr generell über das Bodybuilding wissen müsst. Das ist eine ganz wichtige Lektion, damit ihr überhaupt versteht, was hier stattfindet. Was findet im Körper statt? Was ist überhaupt diese Anpassung? Und wie macht man das Ganze? Und nach diesen zehn Fakten geht es schon ans Eingemachte. Ihr könnt dann die ersten Übungen machen. Ihr könnt ins Fitnessstudio gehen und dann lernen wir Stück für Stück etwas über Ernährung. Nicht zu viel, nur das Wichtigste, was ihr am Anfang wissen müsst. Vielleicht über Supplemente, nicht zu viel, nur das, was euch am Anfang helfen kann. Und so gehen wir weiter vorne. Also abonniert den Channel, drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Und lasst mir natürlich einen Daumen da, wenn euch diese Art der Informationen gefallen. Ich bin raus, euer Gotti. Bis bald. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020